Und ich würde sagen, wir machen weiter mit einem neuen Video von Sascha Unsepartei. Instagram-Rap, bei dem im Hintergrund geschrien wird, da sehe ich mich. Heute hat mir Luca mal wieder Instagram-Rapper zukommen lassen. Das heißt, dass wir heute mal wieder gemeinsam schauen... Das war aber Luciano, glaube ich, oder? ...was Deutsch-Rap technisch unser Nachwuchs so zu bieten hat. Ist das etwa ein Glockenbeat? Alter, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe komplett vergessen, dass Simon Unge mal gerappt hat. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Rapper. Let's go. Ja. Ah. Okay. Ja, bis dahin alles eigentlich relativ normal. Oh nein, ist erst und wieder. Mein Name ist Robin, du kannst mich nicht toppen. Hab ich Bock, werd ich dich poppen. Finde ich stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Coole Introduction auf jeden Fall. Jetzt an der Stelle fragt man sich, will man bewusst wack wirken, wenn man aus einem Kofferraum steigt? Normalerweise steigt man nicht freiwillig in einem Kofferraum. Das, äh, ja. Danach kannst du direkt für mich kochen. Schmeckt das Essen? Dann ist gut. Schmeckt das nicht, dann fließt dein Blut. Wilde Lines, Bro. Bro, also das mit dem Essen, das ging mir gerade ein bisschen nah. Muss ich ganz ehrlich sagen, 10 von 10 Gänsehaut. Mein Name ist Robin, du kannst mich nicht toppen. Luca, Kuss und Gruß geht raus. Danke, dass du manchen Kandidaten noch eine zweite Chance gibst. Der war gut. Komm her, man. Gib mir, gib mir, komm's rein. Über den Keim ab, was? Und du, und denkst, du bist auch ganz schnell. Und dann kommen die Maskitas. Und die Maskitas sagen dir. Wir saugen dich aus. Da gibt's auch keinen Blut. Das ist stark. Der hat schon seine eigene Ad-Libs-Crew dabei. Das finde ich gut. Da gibt's auch keinen. Was? Oha, lass doch den armen Lehrer in Ruhe. Aber können wir bitte ganz kurz festhalten, wer auch immer da im Hintergrund die Ad-Libs gegeben hat. Die waren nicht 10 von 10. Ganz ehrlich, da sehe ich dich. Das ist Luciano. Ne, wo? Aber wisst ihr, wer noch gute Ad-Libs hat? Goldkrone! Oh, wichtig. Jetzt wird auch der Rettungsschwimmer-Beat hier gefreestylt. Das ist interessant, Leute. Wenn der jetzt nicht sitzt, dann hat er auf jeden Fall Monte die Ehre genommen. Oder wird von Monte... Also auf jeden Fall. Das ist gerade der Anfang. Doch es ist glasklar, dass ich einfach am besten kling. Einfach der Besten bin. Mal deine Vibe fischen und zu hässlich sind. Ich muss gleich Monte skippen. Gut, das sind so viele Monte-Clips. Ah, schicker! Danke mal. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Wenn es wieder heißt, meine Freunde. Among Us mit den Boys, meine Freunde. Das war es an der Stelle von diesem Stream. Hau da rein. Ja, und jetzt heißt es warten auf den Bann.